Mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler erhielten in Brandenburg am vergangenen Freitag ihr Halbjahreszeugnis. Darunter auch 56 Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Spreneiße. Die Zeugnisausgabe fand direkt im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Cottbus statt. Kombiniert wurde die Feierstunde mit dem Abschluss des Projektes Praxislernen. Innerhalb von zwei Wochen probierten sich 115 Schülerinnen und Schüler in den Fachwerkstätten der Tischler, Metallbauer, Anlagenmechaniker, Elektriker, Friseure und Kosmetiker aus. Darunter auch Thalia Hölzel und Florian Janaschk. Die beiden erhielten zusammen mit ihren Klassenkameraden detaillierte Einblicke in die verschiedenen Berufe. Ich konnte mich halt in verschiedenen Berufen ausprobieren und auch herausfinden, ob ich das will oder nicht. Ja, also einiges war halt schwerer und so, aber eigentlich hat es Spaß gemacht. Also im Holzbereich jetzt, ich will ja Tischler werden, konnte ich nochmal Erfahrungen sammeln, wie ich mit den Werkzeugen richtig umgehe und so. Und halt auch in anderen Berufen, wo man vielleicht eigentlich die nicht so gerne machen würde, hat man halt auch Spaß gehabt und konnte halt trotzdem das lösen. Der Anlass des Projekts ist aber nicht nur der steigende Fachkräftemangel und den jungen Erwachsenen, das Handwerk schmackhaft zu machen, sondern zusätzlich noch ein ganz anderer. Es gibt so viele unterschiedliche Berufe und für jeden einzelnen Beruf braucht man Fertigkeiten. Und vor allen Dingen, was man braucht, ist Leidenschaft. Und Leidenschaft, die muss man entwickeln für irgendwas, was einem gut gelingt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, die unterschiedlichen Berufe kennenzulernen, welche Möglichkeiten, welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt. Und nur das gelingt uns, wenn die Schüler frühzeitig in die Berufsorientierung gehen, um dann am Ende zu entscheiden, ich habe jetzt dies und jenes ausprobiert, das liegt mir. Und genau da ist die Leidenschaft und genau das möchte ich machen. Eins ist sicher, die Schülerinnen und Schüler konnten beim Praxislernen jede Menge mitnehmen. Vielleicht entscheiden sie sich am Ende der Schulzeit ja dann sogar für einen dieser ausprobierten Handwerksberufe.